Ich habe schon in der Universität in Bern Sport studiert. Dadurch habe ich viele Leute gekannt, die schon gesagt haben, sie werden auch weitergehen an der PH Bern. Ich habe auch schon erste Dozentenlehren von der PH Bern kennen. Unter dem Kollegialen war es für mich schnell klar, dass es auch an der PH Bern weitergehen wird. Mir gefällt an der PH Bern besonders die Flexibilität und das Offenige, sei es mit den Dozenten oder auch mit den Mitstudierenden. Mir gefällt meine Begeisterung für meine Fächer weiterzugeben, sodass Schülerinnen und Schüler auch Freude daran bekommen. Bouget Bouget ist ein Verein zur Bewegungsförderung. Wir wollen Best-Practice-Bespiele aufzeigen, wie man mehr Bewegung in die Schule bringen kann. Sei das im Klassenzimmer oder neben dem Unterricht, in Pausen, auf dem Schulweg, an Projekttagen usw. Wir versuchen hier Möglichkeiten aufzuzeigen, um den Lehrpersonen mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen. Durch die Flexibilität ist es möglich, beispielsweise flexible Angebote zu wählen, wo man nur alle zwei Wochen an der PH ist. Dadurch eröffnen sich immer wieder Zeitfenster, wo man für andere Sachen Zeit hat, sei es für Bouget Bouget neue Sachen zu entwickeln oder auch um den Unterricht zu vorbereiten. So ist die PH schon sehr offen, was das betrifft, mit flexiblen Angeboten, aber auch durch Dozierende, die auch immer wieder Dialog suchen. Oke? Abonniere unsブad棄.